Das heißt, wie weit ist das jetzt von hier? Auch ungefähr 20. Wie weit habt ihr jetzt gehabt? 30. Okay, aber auch, ne? Ja, na ja. In genau 26 Kilometern muss ich meine Vollpresse. Dann darfst du einen trinken. Ja. Dann habe ich die 3000 voll. Boah, so schön. Das heißt, ihr fahrt wenigstens oft damit. Ihr nutzt das Fahrrad. Ja, eigentlich, ja. Wir haben es jetzt, wie lange haben wir es denn jetzt? Seit letztem Jahr Oktober, Ende Oktober haben wir es im Boot. Was? 2018? Ja. Nein, letztes Jahr. Also, vor einem Jahr. Ja, bis 2019. Letztes Jahr. Ich habe es jetzt ein Einzeljahr. Okay, dann, ich wollte schon sagen, das ist von Oktober, ist das schon recht wichtig. Nein. So, ich hoffe, dass die Trulla redet mit mir, weil, hör, wie kriegen das raus hier? Das siehst du gleich schon. Wir eilen zwischendurch an. Dann hörst du das schon mit. Jetzt musst du Musik. Ja, ist doch gut, dann hörst du schon. Dann höre ich übrigens was, ne? Ja. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ja, das mache ich nicht. Ich weiß nicht wo! Ich weiß nicht wo! Erstmal an der Reihe! Jetzt kommen wir! Ich habe keine Ahnung! Fahne aus! Die 306. Dann geht es mal kurz! Ich habe ein Interforsos der Träume. Sie haben den Graschen. Ich habe einen Drehmomenten im Denzelnen. Ich habe ein Verwaltung der Wirkung, ich hatte einen Weg. Das war die Trumps. So, komm jetzt mal hin, komm jetzt mal wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da muss man gerade aus haben Da muss man gerade ausfüllen, da muss man gerade ausfüllen, da muss man gerade ausfüllen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, fertig. So, soll ich weiterfahren? Und, was hat er dir erzählt, Gondi? Wie war die Schlacht? Oh, wie schön! So, wie schön! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke, du weißt das. Ne, das weiß ich nicht. Ja, recht. Recht. Aber ich weiß nicht, ob das die Bissfahrt ist. Ja, loa. Du hast nur dran vorbeigefangen. Also da sind die Bissfahrt, die nicht anders sein. Nein, da ist doch so gut, wenn du noch ziehst. Ja, und wo ist der Bissmachtturm? Der ist oben im Wald. Ne, eine ist jetzt eine ganz andere Strecke. Da musst du ja einmal schwer rüber jetzt. Ne. Ach, von Tauer ist man da auf dem Gänsemarkt. Genau, auf dem Gänsemarkt. Da gucken wir mal auf dem Kaffee oder so. Und dann gucken wir in Ruhe nach dem Bissmachtturm. Genau. Also ich weiß, du kannst vom Bissmachtturm auch direkt, du musst nicht nach Herford zurück, du kannst direkt nach Bad Satt-Uppeln, quer durch den Wald. Und da sind auch breite Waldwege. Ja, fahr davor. Ne, wir wissen ja nicht, worum. Ich weiß es ja nicht. Du brauchst ja nur von hier navigieren zum Bissmachtturm. Ja, wieso? Ja. Also jetzt erstmal Gänsemarktkaffee trinken. Genau, da können wir weiter fubbeln. Ach so, was macht denn eure Fubbelkiste? Ja, das ist ja nicht so, was passiert. 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 Ja, das ist ja auch eine schöne Bank. Ja, das ist ja nicht so, was passiert. Ja, das ist ja nicht so, was passiert. Da rutscht er. Spitzponf Oh, hier ist keine Verbindung, Angie. Mitkomm, mitkomm! Ah, gibt doch viel leckeres Eis hier. Oh nein, das ist nicht so schön. Früher knabbert er dich aber an, wenn ihr den festfindet. Angie, kennst du den? Recht? Grüß, da im? Grüß, da im noch nicht. Grüß, ich zeige ihn. Grüß, da ist paar. Grüß! Wohin? Guck mal da stehen nur noch Füße Fahrraddurch? Ja darf man hier mit dem Fahrrad? Oh! Mit Leidmusik So So jetzt einfach Ja rüber Auf den Mars Angie So ist es Oh was machst du denn? Das ist mein Handy Hallo? Jetzt ist es im Arsch Hast du Glück gehabt? Ja So Wo möchte denn Jogi hin? Da ist schöner Becker und da ist schönes Piccoli Da gibt es eigentlich alles Ja wenn wir ein Plätzchen finden Guck mal da gehen noch gerade zwei Frauen Guck mal da wird gerade ein Fisch Ja 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 Du hast wirklich keinen Tisch gesehen Nein Da sind jetzt zwei Frauen und der Mann der hat sich da verleicht Und dann gehen wir ja weißt Dann müsstest du ins Extrablatt Aber da ist auch alles voll Ja Ja Dann müsstest du ins Extrablatt Aber da ist auch alles voll Ich bin schüchtern Ich bin schüchtern getraut Ach Gott Ich bin so schüchtern getraut Ich bin so schüchtern Ich bin so schüchtern Ich sehe so dass ich auch schon vorher Ich Sr. 2 Vielen Dank.